Guten Morgen, meine lieben Freunde und Freundinnen. Mensch, 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 meine Frau Linge, die ist am Jermann und mein Herz, die ist am Jermann, die sagen, dieser Monat, der ist so komisch. Da wird's abends wieder so früh dunkel und es ist nass und kalt und der Regen hört nicht auf. Und das wird dann ein ganz deprimiertes, ne, da wär das, ein deprimiertes, äh, wär man dann, ganz deprimiert, ja. Und, und, äh, da muss man was dagegen machen, ja, also da muss man dann viel lachen und witzige Sachen machen, ja, das tut gut, das ist dann wie so Sonnenschein, versteht, ja. Und, 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 ich bin dann der Clown in der Familie, aha, ja, ich sorg dafür, dass sie viel lachen müssen. Meine Frau Linge sagt immer, du bist der richtige kleiner Clown, ja, und mein Herrscher sagt immer, du bist ein ganz goldiger Spatz. Ha, 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 ich bin doch kein Spatz, ich bin doch ein Hund, ich hab doch ein Flügels, nee, Spatze, das sind die, die am Vogelhäuschen immer kommen zum Futter holen, ja, das sind Spatze, haben wir, haben wir, und, und Kohlmeiß, sie haben ja, ja, es geht die Zeit wieder los, da muss man die kleine Pipette aber füttern, ne, damit die nicht verkühlen, wenn das nachher richtig kalt wird, ja. So, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Wochenanfang, ne, wir haben ja heute Montag, also die Woche fängt an, ne, ja, und da wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles Wochen, äh, Wochenanfang, Wochenanfang, wünsche ich euch, ne, und lacht mal viel so, he, he, so ein bisschen so die Mundwinkel, aber das tut deiner Seele gut, ne, bis dann, tschüss, euer Mucklief, mit die weißen Socke. Bis dann, tschüss.